So, ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns intensiv mit der theoretischen Definition von Vielfalt. Dabei handelt es sich... Jetzt mal im Ernst, wir werden uns jetzt keine Duden-Definition anhören oder ein Gedicht von Bertolt Brecht. Nein, wartet mal ab, wir haben das selber geschrieben. Ihr wollt wissen, welche Charaktere wir haben, wie vielfältig wir sind, wie wir uns engagieren, vom Neugier bis zum alten Hasen? Dann lasst es uns euch sagen. Wir sind Badener und auch Schwaben, die sich eigentlich nicht gern haben, doch den Lokalpatriotismus überwunden, haben wir uns durch den Sport verbunden. Neben Moosbach, Stuttgart und Weil am Rhein, Freiburg, Christbronn und Taubertsbischofsheim dürfen es auch Costa Rica und die Staaten sein. Wir sind Südbaden, Nordbaden und Württemberg. Auf dem ganzen Bundesland liegt unser Augenmerk. Wir sind verbunden mit dicken Bändern. Wir bewegen und verändern. Der Einstieg ins Juniorteam war für alle ein wenig anders. Gezwungen wurde aber niemand mit Hilfe eines Kampfpanzers. Der eine wurde überredet, bei einem Atem mit zu viel Punsch. Die andere kam auf eigenen Wunsch. Der nächste bekam als Trainer eine Einladung. Und weitere lernten uns kennen auf der WSJ Herbsttagung. Wollen doch alle mal die ein oder andere Klausur schieben? Sind ja da, weil wir den Sport lieben. Wir machen nicht nur selber Sport, sind Trainer hier und Jugendsprecher dort. Es gibt so viel zu tun. Wir können nicht lang ruhen. Im Fachverband in unserem Bundesland bringen wir unsere Ideen ein. Für alle. Für Groß und Klein. Im Sportkreis und im Landesverband sind wir die Helden der Hand. Klar, das kostet viel Zeit. Aber für die Jugend gehen wir so weit. Wir stellen anderes zurück und wünschen bei Wettkämpfen viel Glück. Denn wir wollen verändern und bewegen und uns nicht nur voll hinlegen. Judo gehört zu uns genau wie Volleyball. Smudo zitieren, was ein Zufall. LSV, DSJ und BSB, KSC, VfB, Ojemine, MTB, DAV und Cha-Cha-Cha. Der Zusammenhalt bei uns. Phänomenal. Wer hat sich denn diese ganzen Sportarten ausgedacht? In der Schule wurden viele dafür ausgelacht. Ob mit Fuß oder Hand, auf Wasser oder Sand. Es brachte uns nicht zu Fall. Und heute ist es kein Zufall. Wir sind ein Team mit Linkshändern und Rechtshändern. Wir bewegen und verändern. Von 16 bis 26. Von jung und knackig bis alt und ranzig. Manche einer wohnt zu Haus, ganz schön billig. Der andere ist schon heiratswillig. In manchem Haus wird täglich gesund gespeist, während ein anderer auf die Vitamine schwebt. Wieder eine andere ist eifrig am Studieren. Andere sind noch fleißiger am Prokrastinieren. Von irgendwas mit Medien bis Medizin ist alles dabei. Ein paar von uns sind auch schon frei. Aber gearbeitet wird nur nebenbei. Bei uns dürfen sich Männer wie Frauen benehmen. Und Frauen wie Männer. Bei uns gehört ein Sternchen zwischen Teamer und Innen. Wir sind korrekt und inkorrekt. Wir sind ruhig und sagen unsere Meinung. Wir sind entspannt und fokussiert. Wir sind erfahren und unerfahren. Wir sind stolz und bescheiden. Wir sind... Ja, wer sind wir eigentlich? Wir sind Musiker und Maler. Wir sind Lehrende und Lernende. Wir sind Turner und Tänzer. Wir bewegen und verändern. Wir sind so verschieden, haben aber alle die gleiche große Liebe. Wir sind von A wie Atemberaubend und wir rauben bis Z wie Zielstrebig decken mit unserer Art das ganze Alphabet ab. Und doch vereint uns das B wie Beteiligung, das W wie was auch immer, das S wie Sport und das J wie Juniorteam. Wir kommen als Individuen zu einem Team gewachsen. Wir sind hier, um zu erleben. Wir sind hier, um zu bleiben. Wir sind hier. Wir bewegen und verändern.